Als Flüchtlinge in dieses Land kommt ein Hakenkreuz oder hat ein Hitlergruß gemacht oder irgendwelchen Scheiß oder sich mal mit der politischen Situation auseinanderzusetzen. Scheiße auf die Bildung, durch die Bild-Zeitung und andere Hats kampagieren. Okay, das ist... Wildaußenschrecke! Wildaußenschrecke! Wildaußenschke! Wildaußensch járn! Wildaußenschreiact! Wildaußenschwarr secured in denen Ratteland wieder hermitnell verprächtigt. Wow, ich will mein Bücher. Wunderlich ist kein Schreck, wir müssen scheißen. I am the one we try to rest Blast and gold, divine defense Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017